Ich springe, tschüss! Den Bevorius Den Chris Den Sascha Der Heiler Memesis Stormblade Und wenn ich keinen vergessen habe, meiner Wenigkeit, habe ich jemanden vergessen? Ja, mich! Erzi ist auch noch da Und dann meiner Wenigkeit noch Und dann würde ich mal sagen Weil die Runde gerade so schön ist, gebe ich die frei Große Map, viele Leute, viel Spaß Und wir spielen Ultimate Chicken Horse Alter Es darf nicht getötet werden In dieser Runde, weil sonst kommt der Tierschnurz auf uns zu Eskaliert nicht Es ist schon lange eskaliert Wenigstens jetzt haben schon alle meine Zuschauer abgeschaltet Was ist das? Alter Ist der runtergefallen? Hallo Sascha Andere sind zu laut, ich verstehe dich komplett so Interessant hier drauf Hallo, achso Hey miniature Alter Sonic eskaliert, übel Ich hab doch auch verdaut Ich wollte gerade sagen, ich wollte nämlich gerade vom Turm hier runterspringen. Einfach um zu demonstrieren, dass es kein Fall. Aua! Heiler ist es. Ey, ich mach doch nichts! Was machst du da doch da? Was, der Heiler? Ich hab, das ist die Pump-Shot drin wo der Kuss ist. Ich hab meine... Er ist wieder revived. Er ist revived. Okay, wir bleiben hier, ja. Eigentlich wollte ich dem kein Fall-Damage demonstrieren. Von daher tut mir leid. Deal on your own. Glaub ich. Sivi ist mit der Pampe kaputt gemacht worden. Mit der Pampe? Äh, Heiler. Oh Gott, Heiler. Heiler, wie es Sascha zum Beispiel hat. Ich bin ja auch wissen wollt, wie Heiler mit Vornamen heißt... Er heißt Leila. Leila Heiler. Leila der Heiler. Leila Geiler ist Heiler. Äh, hab ich eigentlich noch eine Arsch an deinem Sechen? Ich springe, tschüss! Ja, okay, tschüss. Gibt's aber nicht. Tja, ich habe jetzt Beef mit der Schwerkraft gewonnen. Ich auch! Fuck you, Schwerkraft! Leck mich doch an, Sack! Das Piepen mit der Schwerkraft. Oh mein Gott! Ohhhh! Wem kommt denn die Lala? Hi! Weil Erz hier habe ich keine gehört. Weil Sascha ist da, oder? Ich hab eben grad mit auf Dingeskirchen geschossen, auf Heiler. Ja, hab ich nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott. Da bleib down! Hallo Chris! Da bleib down! Ah, warum kommt's keine Musik? Sascha ist halt tot. Die Musik ist, ja, weil der Heiler mich runtergeschossen hatte. Bei Erz hier war keine Musik. Ey, jetzt ist ja sowieso schon längst vorbei. Naja. Ich kann doch einfach was vorsingen, wenn ihr wollt. Oh ne, lieber nicht. Oh ne, lass mal. Ich hab Heiler getötet. Wer meinte eigentlich, dass Stormblade tot ist? Warum hat er ihn nicht identifiziert? Ich hab Heiler getötet. Wann? Heiler ist tot. Jetzt egal. Du kannst ihn identifizieren, dummer. Ja, ich muss das dahinter abrufen. Er hat irgendwie Bock einen zu töten. Ja, nimm doch den Heiler. Sehr gut. Wer hatte jetzt gesagt, dass er Stormblade getötet hatte? Seine Mama. Keiner. Doch, irgendwer hat gesagt, er hat Stormblade getötet. Da vorne ist ein Unidentified Buddy. Ich bin auf dem Weg dahin. Da vorne sind mehrere Unidentified Buddies. Sicher? Ja. Die Buddies. Ja, bin sofort da. Geh lieber weg. Dominik ist tot. Stürf! Geh weg! Was ist das denn? Dann ist Bevorius wohl an der Märtyrergranate gestorben. Würde ich mal tippen. Geh lieber weg, Santo. Ich hab ne AK. Was ist das für ein Item, was du hast? Du hast ne AK, dann kannst du Sonic abknallen. Sonic ist Dete. Und hat's vorm Traitor aufgesammelt. Heiler hat eine fallen lassen. Trotzdem. Ja. So. Hi. Santo. Ich glaube auch, er ist es. Santo? Erzi rennt auf freier Flächerung. Erzi oder Xanto. Ich kann's nicht sagen, ich hab Heiler getötet. Wer hat den PHD-Flopper? Ich und Xanto verfolgt mich. Guck mal her. Xanto ist da draußen. Was? Geh weg! Oh Gott, willst du mich verarschen? Geh weg von mir. Was ist das für ein Item? PHD-Flopper. Genau. Sonic, geh weg von mir. Jedes Mal, wenn du irgendwo runterfällst und auf den Boden kommst, dann machst du ein Mikro. Ich hab's schon gemerkt. Ich schieß dich weg. Aua! Ich bin dann geschossen. Du hast ihn abgekriegt. Null. Er ist tot. Es ist Santo. Es ist Santo. Es ist Santo. Kennst du meine AKS? Santo. Ich hab mich sogar noch gewarnt. Nein, 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 nein. Haha. Dann werde ich vom Heiler gekillt. Das stinkt. Wer ist noch? Du. Heiler, ich hasse dich. Ich hab mich sogar noch gewarnt. Santo. Alter, er hat erstmal eine ganze Ecke leiser gemacht. Ja, ich weiß. Gut zu wissen. Davor hast du dich nicht gewarnt. Ich bin... Ich spiele meistens im AKS. Ey, warte, ist das schon wieder für eine Eskalationsrunde. Eskalation. Oh ja. Den will ich jetzt auch haben. Ich hab dich selbst schon ein bisschen leiser gemacht, von daher passt es jetzt. Ich müsste so ein Randomart-Ding ins Game, dass wir alle nur noch wie Hühnchen reden könnten. Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Du kannst nur noch mit A und D laufen, Chris. Boah. Davorius, was soll denn der Scheiße? Ich schieß nicht mal auf dich. Ja, aber wenn du sagst du bist D und du schießt... Das muss ich nicht ernst sein von Atta. Und aus dem ist Atta selten mal T. Ja, das ist aber auch keine Aufrede. Stimmt, kurz richtig. Das wäre dann selten dem nicht, wenn er erwähnt, er wäre T so selten wie RT jetzt. Guck mal, Atta kauft bestimmt gerade. Ne, ich wollte aber mit D laufen. Das nervig. Auf mir meine AK, ich helf dir auch. Du kannst mich ja gerne abknallern, wirst du sehen, dass ich inno bin und dass ich mal wieder wende. Ja, warte, ich komm zu dir hin. Ich krebs um dich rum, warte du Leute. Hey, Stormblade. Hä? Nein, ich tue dich nicht. Ist voll irritierend so. Ja. Ist ja aber cool, wenn irgendein D-Test mal sich ergötzen könnte, hierher zu kommen. Wohin denn? Aber Mario ist doch gar nicht da. Übrigens, für den D-Test ist es gerade sinnvoll, mit dem Grappling-Hook zu arbeiten. Weil du dich dann trotzdem vorwärts bewegen kannst. Achso? Das war toll der Witz, oder? Mein Witz war doch toll. Kannst du mich vielleicht heilen, ich wurde von Bivorio und Reds gemacht, habe ich nicht gehört. Ey, aber auf mich wurde Aua gemacht. Was nicht wurde Aua gemacht? Ich glaube nicht, ich habe keine Punkte, ich habe nicht mehr so viel Dings, leider. Hast du auf Slot 8 irgendwas? Sonic, geh weg von mir. Äh, ne, aber ich habe keine Punkte mehr. Ey, da hat jemand Boomerang geworfen, hinten an der Ecke. Wo? Ich habe den Flussappel gekriegt. Ich will die Boomerang. Chris hat den aufgesammelt. Ich habe gar nicht mehr aufgesammelt. Du hast? Dann muss Sonic ihn haben. Einer von der Fallen muss den Boomerang aufgesammelt haben. Ey, warte, warte. Ich habe... Wie habe ich den Krieg, bitte? War er nicht viel näher dran? Ja, keine Ahnung. Pinkvorteil. Irgendwie geht der PHD-Flopper nicht. Es könnte Stormblade mit dem Boomerang gewesen sein. Ne, muss schon ein bisschen höher fallen. Ich bin doch vom Haus nach runter. Ich habe Boomerang-Kinder, das ist nicht erschreckend. Ich hasse es übrigens seitwärts zu laufen, wisst ihr das? Ja, Stormblade ist hier lang gelaufen. Ich habe Boomerang, ich erschreckend. Ich stehe hier mit den anderen noch die ganze Zeit. Ja, aber du könntest trotzdem mit dem Boomerang gewesen sein. Das kann sein, ich lieber auf den Boomerang. Ja, ich könnte auch immer noch Traitor sein, dass wir mit meinem Kollegen aufgesammelt haben. Ja, ja. Aber nach meiner letzten Aufnahme habe ich entschieden, dass der mit so OP ist. Hatta... Achso. Hast du da? Der Boomerang ist... Ja, eigentlich könnte ich auch mal Bivorius mal ein bisschen näher rannehmen, weil er schießt random auf mich einfach. Bivorius ist tot. Das habe ich auch gerade gedacht. Der ist ein bisschen in Action. Ja, der liegt ja hier tot. Ne, er wurde schon confirmed. Hä? Hatta, da musste ich solche Aussagen wie, ich bin Tee einfach mal sein lassen. Ja, nur... Hätte Sascha das gesagt, hätte ich ihn auf jeden Fall erlernen. Wenn Sascha sagen würde, er ist Tee, würde ich schießen. Glaube ich dir. Bei dem würde ich auch ein bisschen bei mir auch machen. Obwohl. Grüß. Guten Tag. Ist halt echt so. Ach komm, ich habe einen Boomerang für mich. Ich lach heute auf einen Schluck durch die Gegend, Alter. Ist alles gut. Hallo, wer ist das da? Heide, Heide. Heide, Heide. Ich gucke gerade, ob hier noch eine Deagle für mich liegt. Hallo Sascha. Hi. Deckung. Ja, ich habe ein Geschenk für euch. Ja, ich habe ein Geschenk für euch. Alter. Alter, ich komm, wir kommen zu Recht auf den... Ich wollte gerade auf dich schießen, ne? Oh, Mama. Ey, ich habe eine Deagle aufgesammelt durch die Explosion. Oh Leute, Banane, Banane, Banane. Ich komme nicht weg. Für wem? Ja. Oder? Ne, ich glaube ich habe nicht verhört. Ich war der Meinung, ich habe eine Banane gehört. Es ist Storm, es ist Storm. Haben wir doch gesagt. Eine Lüge. Wieso ist es Storm? Aber... Ja, schreit halt immer so. Eine Lüge. Vertraust du mir jetzt, Sascha? Ja, tu ich. Aber es ist Steve. Und Stevie. Ich bin dir so lange hinterher gelaufen. Danke. Danke. War doch sehr knapp. Du hast eine Märtyra explodiert. Bitte sag mir das keine Ahnung mehr. Nein, ich bin gestorben. Ich habe zwar nur noch 9 HP, aber auch nein. Bevorius wurde auch noch zurückgebracht. Warte. Hier unten wurde geschossen, Sascha. Ja, ja. Aber im Haus glaube ich. Im Haus glaube ich. Hinten steht auch einer. Ne, das ist hier. Im Hangar. 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 Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist so einfach. Das ist nicht so einfach. Achso. So, da. Das ist schön. Sehr gut. Wie komme ich denn hier runter? Ach da ist eine Tür. Sascha, bist du es auch? Nein, ich bin es nicht. Warte mal wer lebt. Was hast du da? Den brauchst du gerade? Ja, ich habe einen Boomerang. Ich habe den schon vorher gekauft. Sascha, lebst du noch? Ja, ja. Bei mir ist alles gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich will immer mit Weh laufen, sorry. Es ist voll irri... also, ne. Ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott, ist das... Ey, hier ist der Watt. Du hast ja mal gestorben. Geh weg, Atta. Ja, ich bin gestorben. Ja, ich hab nur noch ein paar Lebenspunkte. Ich bin ein Freaky... Hier oben auf dem Tower liegt eine Leiche. War Heiler das auch? Mattes ist tot, hat einen Headshot bekommen. Innocent. Mattes hat einen Headshot mit der Schrotze bekommen, auch gut. Atta, hast du gerade geschossen? Ja, auf den Fass. Sonic, lebst du noch? Oh, ich dislike das sehr viel. Boah, ist das eklig, Alter. Also, es leben auf jeden Fall noch zwei Traitor. Okay. Weil wir sagen, Atta ist, äh, T. Also doch. Ich hab nur einen Tete gefunden, tot. Würde ich mal sagen. Ah, ja. Vorjus, dann hättest du ja weiterschießen können auf Atta. Warum? Ja? Du bist gerade als T gecallt. Nein, vermute ich mal, weil er bei mir in der Nähe war mit dem anderen und, äh... Alter, ist das accent. Ich hab vom Dete den Grambling Hood mitgenommen. Das find ich aber gar nicht so gut. Ja, auch nicht. Yeah, endlich noch vorwärts fliegen. Boah, ist das accent hier. Tum wir den mal weg. Genau so. Wow, 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 wow. Endlich wieder vorwärts fliegen. Mama, Stevie war schon gecallt als Traitor. Den töte ich also auf jeden Fall, wenn ich ihn sehe. Wenn du mich siehst, sagst du? Ja. Ich sehe derzeit... Ich habe ihn gerade gesehen. Wo ist er? Irgendwo in den Häusern relativ weit außen. Hinter dem Schwurm. Hat er sich doch mittlerweile bestimmt auch den PhD-Flopper gekauft. Nee, der habe ich automatisch auf DT mitgenommen. Ach so. Beim Looten, ohne Witz. Wenn du ihn lootest, dann hast du automatisch einen PhD-Flopper. Stevie, ja. Hat mir Bumper auf mich geworfen. Der ist doch schon lange ausgerufen gewesen. Erzi lebt noch? Oh, lol, Erzi lebt. Erzi. Erzi ist DT. Erzi, kannst du heilen? Heilen auf, gar keinen Fall, Atta. Ich bin gestorben. Erzi, hast du denn den Dings? Hast du ein Grab-Legob? Willst du ihn haben? Ich habe einen. Ach so. Und ich komme zu dem Dings in Gesundheit. Wo, 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 wo? Der feine Ton will ja gewartet. Äh, Atta ist, äh, Stevie ist unter dir gewesen, Atta. Moment, ich rede. Kann ja auch Sascha sein. Rein theoretisch kann ich das sein. Ich habe ein Problem. Ach doch, ich habe noch Money. Ich komme mit diesem Laufen so nicht zurecht. Ich auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Stirb doch! Atta, ich sehe dich da durchs Fenster. Wo, wo, wo? Ich treffe ihn aber nicht. Alter. Alter. Ach, dann ist er. Ich treffe ihn nicht! Was macht ihr denn? Alter, ich treffe ihn nicht. Siehst du, was siehst du? Oh, nein. Geht doch. Alter. Geht doch. Alter, Stevie. Warte mal, jetzt habe ich aber ein Problem. Wo ist Stevie? Ihr, Atta Traitor und Stevie, letzter Traitor. Oh. Danke. Entschuldigung. Du hast nicht mehr den D-Skin, darum mach dich. Oh, nein. Ey, ich kann auch Leute schießen, wie ich will. Die wollen einfach keinen Schaden kriegen. Die wollen nicht mehr sterben. Andere schießen einmal auf mich die Traitor rum. Junge, ich habe zwei Jungs auf dich geballert. Du hast ja nicht getroffen. Ja, ich hab jetzt. So, schau, das war ganz schön Nuri, ne? Aim gleich Torsport. Ohne Witz. Aber jedes Mal, wenn ich Traitor bin, werde ich mit irgendwelchen Leuten auf einem Random angeknallt. Das ist echt zum Kotzen. Alter, diese Runde. Du sagst zu mir, du bist Traitor? Schieß doch in meine Richtung. Ja, das mag nicht jeder. Wenn du ein Ableibes Brot hast, dann triffst du auch nicht. Hast du das? Ja, aber wenn ich absichtlich nicht mal auf dich ziele. Das kann man nicht definieren. Woher soll ich das denn sehen? Er läuft links und säcke, schieß nach rechts. Keine Waffen-Ehe. Nee, nee, nee. Wann befindest du jetzt in den Häusern? Achso, okay. Da bei den Kisten. Ich war gerade bei den Hangarhaus, da ist irgendwie gar nichts. Die Freiheit! Es ist so schön. Freiheit! Freiheit! Wir werden dich wieder mit W laufen. Ja, ist doch echt so. Ja, ne? Ich dachte ja, mit Grapplingung kann man normal, aber das kannst du auch vergessen. Das ist auch bearbeitet. Inwiefern? Dass du dann einfach mit W vorwärts kommst. Achso, das geht... Oh, lol. Da musst du auch mit A und D arbeiten. Wie geil ist das denn? Hä? Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Was? Was ist denn jetzt los bei euch? Ich wollte doch schon aus Reflex seitlich laufen. Oh Gott. Das ist doch... Ich mach' den fucking McTen, ey. Hochwärts. Besser als Arrival, wie du ehrlich brauchst. Was willst du wieder hinterher werfen? Ach, scheiß Schwerkraft, ey. Ui. Sind los bei euch gerade. Ich mach' den Straschspatz hier gegangen. Oh. Ist ein schöner Abend gerade. Hallo. Hallo. Sannik, hast du mir da gerade etwa eine Incendary hinterher geworfen? Ja. Der DEe hat zu mir hingeschmissen. Ich bin noch nie auf diesem Turm drauf fällt mir gerade auf. Mach' es doch. Ist auch nicht spektakulär muss ich sagen. Komm und Bungee jumpen. Na guck mal, da ist Mathis. Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee warte was wer hat auf dich geschossen wer guckt mich an aus dem fenster oben raus wieso immer ich sagst du hast du irgendwas für mich hast irgendwelche probleme oder so ich habe gesagt du wirst heute kein schweißer gott verschreckt mich nicht so was aber bist du hin ich bin jetzt sogar wieder traiter sind musst du mich nicht verraten bei den strandspaziergang er hat sie warum bist du wundet hast stress weil ich eben wundet der tue sich nicht so ganz ich finde es mal geil wie ich leute mit daher rennen kann ich könnte so viele headshots verteilen das ist der hammer du bist doch so blind wie die nachtäule warte mal warum ist matt ist jetzt confirmed aber ich sehe nicht und er konfirmt das tut mir leid erti ich war ihm gerade verwirrt das stand schwimmen das tut mir leid erti es ist erti es ist tötet ihn ich treff ihn nicht oh gott sei dank danke habt ihr ihn ja also ich und sascha sind safe weil er auf ihn geschossen sascha ist äh ich hab halt nur sascha gesehen kann ich nicht so lange tun mir das schrubze wir haben alle drei geschossen nein ich hatte ne diegel ok aber pfff gut gut so auf was hast du geschossen ja es ist stevie deadwinger warum hast du auf stevie geschossen weil er mir die ganze Zeit hinterher gelaufen ist ok und es gibt das storm oder stevie ich habe auf sascha geschossen ey 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 auf sascha geschossen auf erz hier hab ich geschossen mit das kann ich mir sorgen also hier irgendwo muss er umlaufen sascha muss aufpassen also stevie is free kill der letzte traitor das meinte nicht storm sondern heiler damit eben bitte was wo stevie heiler meinte ich und nicht storm einer von den beiden habe ich halt ausgeschlossen das wäre der von den letzten beiden noch übrig sagt aber ich jetzt einmal inno bin ach das wird bohrens tibi ist hier mitten auf dem flugfeld ja nochmal der trigger also schon erklärt wieder ach scheiße da ist er hier beim flugzeug war er irgendwo ist das stormblade ja ich hab mal geguckt ob es noch wirkt aber da hinten im manga ist er hier tibi we are coming for you tibi 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 halb ich weiß nicht was das habt ihr euch da eben gesehen das rastet immer völlig aus was habt ihr gerade getan zackt man du darfst ich darf schon dann würde ich mal sagen war's das wieder mit der rupte tt ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn die wilden hühner wieder dabei sind gab's ja eine versendung oder so Jetzt geht das schon wieder los, ich hätte es nicht sagen sollen Gut, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal Und würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, tschüss Ciao, ciao Ciao, ciao